So, das hier ist den Haar morgens. Ja, man kann hier wunderbar lang gehen. Und, ja, ich laufe jetzt gerade Richtung, Richtung Innenstadt. Mal gucken. Ja, alles klar, da kann ich dann, bevor ich 50 Minuten warte, kann ich dann zu Fuß gehen. Ich glaube, das hat mehr Sinn und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich gehe zu Fuß. Weil, mir ist einfach zu lange da. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Mal sehen, wie lange ich denn hier unterwegs bin. Ja, die haben ja auch schicke Häuser, irgendwelche Einrichtungen, Gesundheitszentren, was auch immer. Achso, das ist ein Wohnheim scheinbar für ältere Leute, ja. Und dann werde ich jetzt mal sehen. Dann werde ich jetzt mal... Hier lang gehen. Ja, um die Uhrzeit kann ich schon durch Städte gehen. Kein Problem. Sicher nicht. Okay. 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 Okay.